Gesellschafterbeiträge, die ein Arzt oder ein Versicherungsvertreter gegenüber seiner Gemeinschaft, gegenüber seiner GPR, einer KG oder einer Partnerschaftsgesellschaft erbringt, lösen im Normalfall keine Umsatzsteuer aus. Doch heute möchte ich Ihnen einen BFH-Beschluss vom 12. November 2020 vorstellen. Wenn Sie also Arzt oder im Bereich der Heilberufe tätig sind oder als Versicherungsvertreter, dann zeige ich Ihnen, dass Sie das gleiche Problem haben können und einem enormen Umsatzsteuerrisiko ausgesetzt sind, wie ein Landwirt, der Vieheinheiten an eine KG überlässt. Mein Name ist Stefan Mücke. Wenn ein Unternehmer eine Leistung erbringt, das kann eine Warenlieferung oder eine Dienstleistung sein, und für diese Leistung vom Leistungsempfänger Geld erhält, ein Entgelt, dann haben wir einen sogenannten Leistungsaustausch. Ein Leistungsaustausch führt zu umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen, wenn da nicht eine Steuerbefreiung in Betracht kommt. Wenn Sie also als Arzt tätig sind, dann liegt zwar ein steuerbarer Leistungsaustausch vor, die Leistungen eines Arztes sind aber nach §4 Nr. 14 Umsatzsteuergesetz befreit. Und wenn ein Versicherungsvertreter eine Versicherung vermittelt und dafür eine Provision erhält, dann haben wir auch einen Leistungsaustausch. Aber auch hier ist die Provision nach dem Umsatzsteuergesetz nach §4 Nr. 11 Umsatzsteuergesetz befreit. Wenn sich Ärzte oder andere Heilberufe zu einer Gemeinschaftspraxis, zu einer Berufsausübungsgemeinschaft oder zu einer Partnerschaftsgesellschaft zusammengeschlossen haben, oder wenn sich Versicherungsvertreter zu einer GbR, zu einer OHG oder zu einer KG zusammenschließen, dann ist umsatzsteuerrechtlich Unternehmer nicht der einzelne Gesellschafter, sondern diese Personengesellschaft. Und in diesen Fällen gilt die Steuerbefreiung eben für die Umsätze der Personengesellschaft. Achtung, jetzt wird es interessant. Die Gesellschafter erbringen natürlich auch Leistungen, Gesellschafterbeiträge gegenüber ihrer eigenen Personengesellschaft. Und diese Leistungen der Gesellschafter, zu denen sie sich ja im Gesellschaftsvertrag verpflichtet haben, sind in der Umsatzsteuer grundsätzlich nicht steuerbar. Denn für den Leistungsaustausch fehlt es bei diesen Gesellschafterbeiträgen an dem dafür notwendigen Entgelt. Der Gewinn oder den Gewinnanteil, den ein Gesellschafter erhält, ist kein Entgelt im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Der Gewinnanteil ist nach der Rechtsprechung weder ein Entgelt für das Halten der Beteiligung, noch ein Entgelt für die Tätigkeit des Gesellschaftes. Die Gewinnentstehung hängt also nicht unmittelbar mit dem Gesellschafterbeitrag zusammen, sondern eher von einer Vielzahl von Faktoren oder zumindest auch vom Zufall teilweise. Wie sieht es aus, wenn jetzt in unserem Fall der Gesellschafter A neben seiner Gewinnbeteiligung eine Sonderleistung erbringt und dafür ein zusätzliches Entgelt von der Personengesellschaft erhält? Nehmen wir an, der Gesellschafter A ist Eigentümer der Praxisräume und vermietet diese Praxisräume an die Personengesellschaft. Dann haben wir ganz klar im Verhältnis Gesellschaft zur Gesellschaft einen Leistungsaustausch. Und dieser Leistungsaustausch, diese Vermietung wäre steuerpflichtig, wenn nicht denn im Katalog des § 4 des Umsatzsteuergesetzes die Befreiung oder die Überlassung von Geschäftsräumen, die Überlassung von Grundstücken steuerfrei wäre. So § 4 Nummer 12. Und jetzt wird es noch viel ernster. Wie gehört, der Gesellschafter A überlässt der Berufsausübungsgemeinschaft Praxisräume. Das ist aber kein Problem. Die Überlassung der Praxisräume ist nach § 4 Nummer 12 von der Umsatzsteuer befreit. Der Gesellschafter C bekommt aber so gesellschaftsrechtlich vereinbart für Verwaltungsaufgaben, die er in der Gesellschaft übernimmt, neben seinem Gewinnanteil noch zusätzlich eine Sondervergütung von 50.000 Euro. Und hier gilt genau das Gleiche. Jetzt haben wir wieder einen Leistungsaustausch für eine Sondervergütung. Und für diese Sondervergütung, für die Verwaltungsaufgaben, gibt es keine Steuerbefreiung. Ergebnis, der Arzt muss für seine Sondervergütung von 50.000 Euro für die Verwaltungsaufgaben die Umsatzsteuer von 19% herausgerechnet sind, dass ca. 8.000 Euro an das Finanzamt bezahlen. Die Berufsausübungsgemeinschaft erhält keinen ausgleichenden Vorsteuerabzug dafür, da sie ja wegen den steuerfreien Arztumsetzen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Diese 8.000 Euro haben wir also aus dem Fenster geschmissen. Kommen wir zurück auf den BfH-Beschluss vom 12. November 2020. Hier hatte ein Landwirt von einer KG, an der er beteiligt war, für jede überlassene Vieheinheit 5 Euro als Vorabgewinn erhalten. Fraglich und problematisch war, ob ein Vorabgewinn das Gleiche ist wie eine Sondervergütung. Die Folge daraus wäre ja auch, dass bei einem Vorabgewinn ein Leistungsaustausch und ein steuerbarer Umsatz anzunehmen wäre. Und der BfH hat es genauso wie die erste Instanz, das Finanzgericht Düsseldorf bejaht. Vorabgewinne wurden in der Vergangenheit gerne herangezogen, gerade um eine solche Steuerpflicht, gerade um einen solchen Leistungsaustausch zu vermeiden. Wenn sich jetzt aber nach den Verhältnissen in der Gesellschaft der Vorabgewinn wirtschaftlich aber wie eine Sondervergütung darstellt, weil der Gesellschafter fest mit diesem Vorabgewinn rechnen kann, also wenn der Gesamtgewinn so hoch ist, dass der Vorabgewinn sicher erscheint, dann führt das nach dem BfH-Beschluss ab sofort immer zu steuerpflichtigen Umsätzen, wenn denn nicht eine Steuerbefreiung vorgesehen ist. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben keine Steuerpflicht, wenn der Gesellschafter im Hinblick auf seinen Gewinnanteil tätig wird. Wir haben immer einen steuerbaren Umsatz, wenn der Sonderleistung eine direkte Bezahlung, eine Sondervergütung gegenübersteht. Und auch beim Vorabgewinn haben wir zukünftig in der Regel einen steuerbaren Umsatz anzunehmen. Lassen Sie mich hier noch ein paar Beispiele bringen, wo es denn ab sofort brenzlig dabei werden könnte. Ein Arzt erhält einen Vorabgewinn von 30.000 Euro, weil er sich um die Personalangelegenheiten in der Praxis kümmert. Die Steuerbefreiung für die ärztliche Tätigkeit ist hier nicht anzuwenden. Die Verwaltung von Personalangelegenheiten ist keine ärztliche Tätigkeit und daher nicht steuerfrei. Gleiches gilt, wenn ein Arzt von der Gesellschaft einen Vorabgewinn von 18.000 Euro für die Zuständigkeiten bei der Betreuung und Verantwortung der EDV-Infrastruktur erhält. Oder ein Versicherungsvermittler erhält von seiner KG ein Vorabgewinn von 15.000 Euro, weil er sich um das Marketing in der Gesellschaft kümmert. Auch hier haben wir keine Tätigkeit als Versicherungsvermittler. Der Leistungsaustausch ist steuerbar und eben dann mangels Steuerbefreiung steuerpflichtig. Haben wir zwei Ärzte, die einen Vorabgewinn wegen unterschiedlichen Einsatzzeiten in und von der BAG erhalten. Auch in diesem Fall haben wir einen Leistungsaustausch und einen steuerbaren Umsatz jeweils. Diese Umsätze der Gesellschafter sind aber nicht steuerpflichtig, weil in diesem Fall werden ja ärztliche Leistungen vergütet. Ärztliche Leistungen sind steuerfrei, also kein Problem. Letztes Beispiel. Zwei Sozialpädagogen haben sich zu einer GbR oder einer Partnerschaftsgesellschaft für die Jugendhilfe zusammengeschlossen. Jeder Gesellschafter erhält nach dem Gesellschaftsvertrag pro abrechenbarer Stunde einen Vorabgewinn von 30 Euro. Wenn wir jetzt aufgrund der Kostenstruktur davon ausgehen können, dass jeder Partner mit seinem Vorabgewinn fest rechnen kann, dann liegt auch hier wie bei den Ärzten ein Leistungsaustausch und ein steuerbarer Umsatz vor. Jetzt müssen wir aber Haarspalterei betreiben. Diese Umsätze der Pädagogen an die Partnerschaftsgesellschaften wären aber anders als die Umsätze der Ärzte nicht steuerfrei. Und das liegt daran, dass die Steuerbefragung für die Jugendhilfe nur für Einrichtungen gewährt wird, die anerkannte Träger der Jugendhilfe sind oder eben, wenn die Vergütung durch solche Träger erfolgt. Wenn die Partner aber quasi über die Partnerschaftsgesellschaft quasi als Subunternehmer oder als Subsubunternehmer tätig werden, dann sind diese Voraussetzungen für die Steuerbefragung nicht mehr erfüllt. Die Umsatzsteuer würde hier in dem Fall als echter Kostenfaktor nicht ausgleichender Vorsteuerabzug entstehen. Wenn also Leistungen eines Gesellschafters an die Gesellschaft gegen Sondervergütung oder gegen Vorabgewinn erfolgen, dann bedarf es einer sofortigen Prüfung Ihrer Verträge. Nur dann können Sie zumindest für die Zukunft Umsatzsteuer abwenden oder zumindest beseitigen. Ja, alleine durch vertragliche Vereinbarungen lassen sich oft Steuern gestalten oder gar vermeiden. Falsche Verträge können aber auch erst Steuern entstehen lassen. Wir sind Steuerberatung mit 370 Grad. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen. Ich braucheakan den Wezo kunst duh Beidesstange. Ich bedanke mich für Möcek und älteren Beidesstange. Ich bedanke mich für Ihre Nervene, bis bald und abwenden float Gute. Wir sind первичstиру discord. Wir ver sintoff ist sehr gut, los daten Sie sich wirklich fühlen. Ich bin creo, dass wir eine Sache noch nicht vermans Biraz Developer haben schon heute angereto. Untertitelung des ZDF, 2020